ARD Text im Auftrag von Funk Erfolgt das Verständnis. Außerdem, so viel wie drüber geredet und geschrieben wird, hat es eh schon jeder gespielt. Und man könnte fast meinen, es sind nur noch Pokémon-Gos unterwegs. Versteht ihr? Pokémon Go, Pokémon Go, hä? Okay, versprochen. Ich sehe es nie wieder. Aber jetzt ganz im Ernst, am Pokémon-Hype kommt man nicht mehr aus. Sogar die von Vorarlberg-Online-Gonjuice ins Freie zum Jagen. Ich gebe es zu, es hat auch mich erwischt. Und es macht massiv Spaß. Aber bei aller Liebe des Teil ist alles andere als perfekt. Für alle Hater, die Pokémon nervt, es gibt gute Gründe des Dinges zum Hasen. Mir fallen spontan 10 E. Also wenn das schon jammern müssen, dann über das. Minderjährige Jugendliche sammeln in kleiner Kugelkäfig Viecher, die sich denn gegensittig ins Koma schlägern. Da muss ich echt keinen Greenpeace-Aktivisten um das grenzwertig zum Finder, oder? Hm. Mein Drang zum Spiele ist im ständigen Konflikt mit meinem Drang auf der Couch zum Bliber. Immer die Entscheidung. Ich brauche auf jeden Fall neue Schuhe. Pokémon Go saugt die Handys schneller leer, als ein tollwütiges VKW zubert. Wer das den ganzen Tag spielen will, packt besser Ladung Reserve Akkusie. Ech schon wisst ihr, wo man die holt, oder? Koblach. Für andere Lütze haben wir höflich formuliert ziemlich crazy aus. Wir laufen ziellos in der Gegend um, wir starren auf unser Handy und sind generell nicht ansprechbar. Früher hat man dazu gesagt, rankweit ohrfach. Aber jetzt gibt es so viele von uns, die kann man nicht alle einsperren, oder? Da gibt es doch echt Leute, die suchen beim Fahren noch Pokémons. Sag mal, geht's euch noch? Und auch jeder weiß, dass man beim Fahrens Handy braucht, um seine Mails zum checken, um Whatsapps zum schreiben und Selfies zum machen. Na im Ernst, wer fahrt, der soll fahren. Und nix anderes. Kapiert? Na, beim romantischen Spaziergang gibt's jetzt keinen Abstecher, um ein Pokémon zu fangen. Egal, wie sehr alt das ist. Auch wenn man zwei Flieger mit einer Klappe schlagen kann. Probieren's nicht einmal. Besonders schwierig wird's, wenn der Partner das einzige Pokémon-taugliche Smartphone im Haushalt hat. Schatz, kann ich dir ein Handy haben? Ich geh nur ganz kurz einkaufen. Mit kleiner Umwerk. Halt drei Stunden lang. Für die echte Pokémon-Veteranen sind die Fights in Go and Witz. Tipp, tipp, wisch, tipp. Bin ich am Kämpfen oder am Morsen? Und wenn kann ich endlich live gegen meine Freunde antreten? Und nicht, dass ihr Brot hättet. Ich warte einfach mal auf das nächste Update. Das Game bliebt öfter steck, als der Grenzverkehr bei Luschno. Pokémon No-Go. Die Server sind down, die App hängt oder manchmal. Aber nun manchmal bliebt der Screen einfach wies. Ganz ruhig bliebe. Okay? Pokémon Go macht süchtige Crack. Einmal angefixt und du wirst es kaum wieder los. Nur noch ein paar Pokémon zu fangen. Nur noch die Arena. Ich warte nur auf die erste Selbsthilfegruppe. Null Bock. Oh Mann. Aber immerhin, es kostet nichts, wenn man nichts zahlen will. Und gesund ist die Lauferei eh auch. Also, was haben da eigentlich? Ich sag, merci fürs Zuschauen. Wir sehen unser Vorarlberger online. Oder du sie. Weil ich geh jetzt mal eine kleine Läufertür. Schatz, ich leih mir kurz die Handy, gell? Ich sag mal die Handy. Schatz, ich leih mir kurz Servkkie. Schatz Хорошо. Oh Gott. Schatz, ich leih mir kurz. symmetry zum ZEB einst parentischen ZD. Schön, schön, gut. Wie.